sorry weh ne unterbrechung also ich hab noch richtig ärger heute ich hab heute noch richtig ärger am hals also ja ich hab heute noch soft wahrscheinlich heute habe ich soft 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 so Soh... No, meine kleinen Kineine aufs Moe ihm. So eine Öl-Bär. Ich stürze. Ich gehe doch schon ein bisschen besser hier. Man, fände ihn, du Arschloch. Wir verploppen hier. Wir verploppen hier. Wir verploppen hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, die Spuren der Sack liegen überall. Ist schon eine Dreistigkeit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So, meine lieben Hexleins. So, meine lieben Hexleins. Ich habe den händigen Spannter doch ausgeschüttelt. Darum ist das immer so viel. Na klar, ich habe den ersten ab, wenn ich auf dem Himmel sterben tue. Dumme Einstellung. Ihr werdet so hoch von einem gehasst. So, weiter geht's. So, ein Zombie-Henning. Hexen-Kot, alle glücklich. Dann gehen wir wieder, kriegt der Hexen, Alter. Du willst es nicht wieder dunkel machen? Lechste Tod, alle sind glücklich. Hier ist wieder der Kampf der Hexen. Hier haben wir uns noch einen Apfel. Die Hexen-Kot, alle glücklich. Die Hexen-Kot, alle glücklich. Das ist die einzige Sitcom, die ich gucken tue. Aber wirklich. Außer Lillebüten, das ist wirklich eine Sitcom. Die Hexen-Kot, alle glücklich. Viele schöne Hexen-Kot. Viele schöne Hexen-Kot. gibtsdre inside den Weg. Wenn ich glücklich bin. Vielen Dank. Oh mein Gott. alle lieben Alle lieben, alle lieben, alle lieben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 aber dann haben die Schmierwürdigkeiten keinen Nutzen wenn die nur mich angreifen dann haben sie ja keinen Nutzen dazu Alter ist das geil einfach nur zuschauermäßig bekriegt wir werden uns ein Säuschen sammeln da ist die Witsch da kommt ein Abwesen ja scheiß Focke Nächster Tod wirklich wirklich nochmal wegschmeißen okay das ist das ist das ist Schöner ist nie wieder der Küchen daheim. Geile Sache, Alter. Was geht jetzt, kommt ohne. Die nächste Seite ist schon noch gut. ja mit fucking verbrühen, alles klar ja 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 echt geile Sache ja 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 Ja, das ist eine hellige Chance, ich will nicht schmierig wollen. Dann kämpfen sie als Bühne und Texte zusammen. Legendär, ey, legendär. Jetzt sind wir verkacken, den hören wir auf. Ja, das ist ein Schmuck. 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 Ja, das ist ein Schmuck.